Hallo und willkommen zurück zum Abikurs Geschichte. Nachdem wir uns in den letzten Videos mit dem politischen System der Weimarer Republik beschäftigt haben, wollen wir nun das Augenmerk auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Weimarer Zeit richten. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema und deshalb wird es jetzt auch wieder in zwei Videos aufgeteilt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Ruhrkampf und der Inflation und im nächsten Video werden wir uns dann die Weltwirtschaftskrise von 1929 anschauen. Wie ich in den vorherigen Videos bereits versucht habe darzulegen, wird eine Regierung von der Bevölkerung im Normalfall daran gemessen, wie gut die Lebenssituation ist. Wie schafft es die Regierung dafür zu sorgen, dass es der Bevölkerung gut geht, dass sie Arbeit hat, dass sie genug zu essen hat, alle Güter hat, die sie brauchen und eine Zukunft vor allem für die Bevölkerung und für die Kinder bereitstellen können. Immer dann, wenn die Menschen der Ansicht sind, dass diese Zukunft, diese Aspekte in Gefahr sind, kann sich eine Stimmung aufbauen, in der dann es kurz erlangt zu einer Revolution, zu einem Militärputsch, zu einem Umsturz oder zu was auch immer führen kann. Deshalb ist es besonders wichtig, wenn man das Scheitern der Weimarer Republik verstehen will, sich die wirtschaftliche Seite auch einmal anzusehen. Wie bereits gesagt, bedeutete das Ende des Ersten Weltkriegs auch eine Zeit gewaltiger wirtschaftlicher Aufgaben. Zum einen mussten Millionen Kriegsheimkernen der Soldaten wieder in das wirtschaftliche Leben integriert werden. Man musste für Unmengen von Kriegsversehrten sorgen, man musste für Kriegerwitmen und für Kriegsweisen sorgen. Das waren plötzliche Aufgaben für den Staat, dem es vorher so in dieser Form noch nicht gegeben hatte. Außerdem war Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg massiv verschuldet. Das Deutsche Reich hatte bei seiner Eigenbevölkerung Schulden in Höhe von ungefähr 156 Milliarden Reichsmark angehäuft. Um das in Relation zu setzen, wäre das ungefähr so viel, wie wenn heute Deutschland mit dem Dreifachen des Bruttoinlandsprodukts verschuldet wäre. Also unsere Schulden nicht bei ca. 2 Billionen Euro liegen würden, sondern bei 6 Billionen Euro. Also eine gewaltige Verschuldung. Zusätzlich zu diesen Inlandsschulden kamen gewaltige Auslandsschulden. Deutschland war im Versailler Vertrag die alleinige Kriegsschuld zugewiesen worden und daraus leitete man den Anspruch der Siegermächte auf Reparationen ab. Im Versailler Vertrag selbst war noch keine Höhe der Reparationen festgelegt worden, das sollte erst in Zukunft geschehen. Aber es war klar, dass Deutschland hier noch gewaltige Summen würde aufbringen müssen. Und das drückte natürlich allgemein auf die Stimmung und natürlich auf die Kreditwürdigkeit Deutschlands. Und zusätzlich haben wir noch ein weiteres Problem, die zu diesem ganzen Problem noch oben drauf kam. Deutschland war schon vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich eine Nation gewesen, die sehr stark exportiert hatte. Das, was man auch heute ja noch über Deutschland sagt, dass wir sehr stark exportorientiert sind, ehemaliger Exportweltmeister etc. Das war auch vor dem Ersten Weltkrieg so gewesen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs allerdings ging die Tendenz wieder weg vom Freihandel, weg von dieser Sache, dass Staaten untereinander Handel treiben. Und das traf natürlich die deutsche Wirtschaft ins Markt. Schauen wir uns mal kurz diese Auslandsschulden in Form der Reparationen an. Was verlangten eigentlich die Siegermächte des Ersten Weltkriegs von Deutschland? Im Juni 1920 forderten die Alliierten auf der Konferenz von Bologna 269 Milliarden Goldmark in 42 Jahresraten. Später wurde diese Forderung dann auf 132 Milliarden Goldmark in 66 Jahresraten reduziert. 132 Milliarden Goldmark entsprechen ca. 47.000 Tonnen Gold. Das wäre heute ein Wert von ungefähr 1,9 Billionen Euro. Also ungefähr noch einmal die komplette deutsche Staatsverschuldung. Diese Summe allerdings, die wurde niemals gezahlt. Je nachdem welcher Bewertung man jetzt eher zuneigt, hat das Deutsche Reich bis zum Einstellen der Zahlungen ungefähr 22 bis 68 Milliarden Goldmark gezahlt. Trotz alledem waren natürlich diese gewaltige Summe, diese gewaltigen Schulden, die da festgeschrieben wurden, einerseits geeignet dazu, in Deutschland gewaltige Ressentiments zu wecken. Diese Aussicht, dass man 66 Jahre würde zahlen müssen für den Krieg, dass sogar noch die Kinder und die Enkel für diesen Krieg würden zahlen müssen, waren dazu geeignet, die Leute mit dem Versailler-Vertrag und natürlich mit der Regierung, die diesen Versailler-Vertrag umsetzen musste, noch viel stärker zu entfremden, als es ohnehin schon der Fall gewesen wäre. Die deutsche Regierung versuchte nun, diese Probleme, diese wirtschaftlichen Probleme anzugehen und zu lösen. Und um einfach Geld zur Verfügung zu haben, um damit die Wirtschaft wieder anzukurbeln, um Renten auszuzahlen, um dieses ganze System wieder zum Laufen zu bringen, entschieden sie sich einfach, nun ja, Geld zu drucken. Es wurde die Goldbindung für die Reichsmark aufgehoben und man begann damit fleißig Scheine zu drucken. Das ist ja das Praktische im Vergleich zu Goldmünzen. Man kann einen Schein einfach aus Papier machen, bei Goldmünzen bräuchte man ja zusätzliches Gold. Oder man reduziert den Goldanteil, das war der Trick der Jahrhunderte vorher gewesen, aber mit Scheinen geht das natürlich wesentlich, wesentlich leichter. In dem Resultat sank der Wert der Reichsmark immer weiter, wie wir hier in dieser Statistik sehen können. Beträgt der Wert der Reichsmark 1920 zum Beispiel nur noch ein Zehntel von dem Wert vor dem Ersten Weltkrieg, wie man an diesem Dollarkurs sehen kann. Im Juli 1914 musste man für einen Dollar noch 4,20 Mark bezahlen. Im Juli 1920 musste man für denselben Dollar schon 39,50 Mark hergeben. Das heißt, hier ging schon eine gewaltige Geldentwertung voran, die dann im Jahr 1921 schon auf ca. 70 bis 76 Mark pro Dollar hochging. Bis ins Jahr 1922 rein schaffte es Deutschland mehr schlecht als recht, aber sie schafften es zumindest die Reparationsforderung zu erfüllen. Die Reparationsforderungen waren ja nicht in Mark, sondern in Goldmark festgeschrieben gewesen, das heißt in einer gewissen Menge Gold. Und dieses Gold musste im Außenhandel verdient werden. Da dies aber immer schwerer wurde und auch die Goldreserven aufgebraucht waren, geht man dazu über Sachleistungen von Deutschland zu formen, in Form von Waren. Und ab dem Jahr 1920, 1921, 1922 kam es immer mehr zum Streit darum, ob Deutschland seine Reparationsforderung erfüllt und überhaupt, ob sie sie erfüllen wollen oder zurückhalten, um die Siegermächte zu provozieren, um ihnen das ihnen Zustehende vorzuenthalten. Vor allem Frankreich und Belgien waren hier der Ansicht, dass Deutschland viel mehr leisten könnte. Als Faustpfand für die Erfüllung der deutschen Forderungen begannen die Franzosen und Belgier damit, das Ruhrgebiet zu besetzen. Die deutsche Reichsregierung wiederum sagte, diese Ruhrbesetzung sei absolut ungesetzlich, nicht gedeckt von dem Versailler Vertrag und sie forderten die Bevölkerung zum passiven Widerstand auf. Dies bedeutet, dass die Zechen streiken sollten, die ganzen Ämter sollten geschlossen bleiben, es sollte schlicht und einfach nirgendwo irgendwelches Geld oder Waren sein, das die Franzosen sich abholen könnten, um die Reparationsforderungen zu bedienen. Passiver Widerstand. Die Bevölkerung selbst sollte von der Reichsregierung bezahlt werden. Also sollten sozusagen hier diese Gelder ins Rheinland geschafft werden. Wie soll das aber funktionieren, wenn eine der größten Industrieregionen Deutschlands plötzlich aufhört zu produzieren und der Bundeshaushalt das übernehmen sollte? Wenn wir das auf unsere heutige Situation mal übertragen würden, das Bruttoinlandsprodukt, also der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2015 durchgeführt waren, lag bei ungefähr 650 Milliarden Euro. Der Bundeshaushalt im Jahr 2015, also alles, was der Bund ausgegeben hat, liegt bei um die 300 Milliarden Euro. Das heißt, zusätzlich zu dem Geld, was der Bund so oder so ausgibt, müssten sie noch mal mehr als doppelt so viel in die Hand nehmen, um das ganze Ruhrgebiet praktisch bezahlen zu können, dass die Leute dort eben Widerstand leisten und nicht für die Franzosen arbeiten. Innerhalb eines Jahres würde die deutsche Staatsverschuldung um ein Drittel zunehmen. Das sind so gewaltige Summen, dass wir uns auch heute vorstellen könnten, dass das kaum wirklich tragbar wäre, eine plötzliche Verdreifachung der Staatsausgaben und damals mit der wesentlich schwächeren wirtschaftlichen Situation war das natürlich erst recht nicht denkbar. Logischerweise würde eine solche gewaltige Belastung jedes Land ob kurz oder lang in den finanziellen Ruin führen und genauso musste Deutschland schon im September 1923 diesen Ruhrkampf wieder abbrechen. Und man kann sagen, der Ruhrkampf war ein absolutes Desaster. Zwar hatte man den Siegermächten einen gewissen Respekt abgetrotzt, immerhin hatte Deutschland eine ganze lange Zeit lang hier passiven Widerstand gehalten und auch Teile der Bevölkerung waren der Ansicht, dass das genau die richtige Maßnahme gewesen wäre, dass man sich nicht alles gefallen lassen sollte. Aber der Folge war eine derart massive Inflation gewesen, eine derart massive Geldentwertung, dass man hier von einem Pyrosieg sprechen muss. Schauen wir uns mal genauer das an, wie das überhaupt funktioniert mit der Inflation. Um die Hyperinflation des Jahres 1923 wirklich verstehen zu können, müssen wir uns kurz zurücklehnen, um zu verstehen, wie Inflation überhaupt funktioniert. Das ist nicht ganz so leicht, wie es heute manchmal in der Presse dargestellt wird. Nur die Notenpresse anzuwerfen oder dass die Zentralbank Geld auf den Markt läuft, reicht eben nicht für eine gewaltige Inflation, wie wir es derzeit sehen. Die EZB pumpt derzeit massiv Geld in die Märkte hinein und trotzdem gibt es keine gewaltige Inflation. Wie funktioniert das also? Der erste Aspekt der Inflation ist ganz klar. Je mehr Geld gedruckt wird, je mehr Geld im Umlauf gebracht wird, desto wahrscheinlicher ist eine Inflation. Aber es gibt noch zwei andere Aspekte, die wir anschauen müssen, die erklären, wie eine Inflation entsteht. Das eine ist die Geldschöpfung der Banken. Banken können durch Kreditvergabe praktisch Geld erschaffen. Die Zentralbanken verhindern das, indem sie zum Beispiel Regelungen zur Kreditvergabe aufgeben, wie viel die Banken überhaupt rausgehen. Der letzte Aspekt, der hier vor allem wichtig wird für die Inflation, ist die sogenannte Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Es kommt darauf an, wie schnell die Leute wieder versuchen, ihr Geld rauszuwerden. Hier ein Beispiel. Jemand bekommt sein Geld und er denkt sich, oh, jetzt habe ich Geld, das ist aber schön, aber er kauft es noch nicht gleich. Er spart erst mal noch ein bisschen, wartet ab, wie sich so die Preise entwickeln und irgendwann geht er in den Laden, kauft sich etwas. Der Ladenbesitzer wiederum nimmt das Geld, wartet auch ein bisschen wieder ab und gibt es weiter. Haben wir also hier eine recht langsame Umlaufgeschwindigkeit, wo wir sehen, wie oft hier Waren gekauft wurden. Die andere Variante ist, dass unsere Töre eine unheimliche Angst vor der Geldentwertung haben, dass das Geld, das sie in der Hand haben, buchstäblich innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden nichts mehr wert sein könnte. Sobald jemand also das Geld bekommt, wird er losrennen und versuchen, es loszuwerden. Es in Waren einzutauschen, denn diese verlieren ja nicht ihren Wert. Ein Sack Mehl ist ein Sack Mehl, egal wie schnell sich das Geld entwertet. Das heißt, die Leute rennen ins Geschäft, geben das Geld auf, der Geschäftsinhaber rennt weiter, gibt das Geld aus, derjenige, der das Geld bekommt, man gibt es wieder ganz schnell aus. Und so sehen wir, dass in dem gleichen Zeitraum mit demselben Geld ein Vielfaches der Warenmenge gekauft wurde. Und genau das passiert in der Hyperinflation. Menschen bekommen ihren Lohn ausgezahlt und danach eine Stunde frei von ihrem Arbeitgeber, um einkaufen zu gehen, um Waren kaufen zu können. Denn man hat Angst, dass das Geld innerhalb der nächsten Stunden schon oder Tage nichts mehr wert sein könnte. Im Januar 1923, hier wieder mit diesen Dollarpreisen, kostet ein Dollar schon nicht mehr diese 4,20 Mark von 1918, sondern 17.972 Mark. Im Juli, also nicht einmal ein halbes Jahr später, sind es schon 353.412 Mark. Im August, einen Monat später, 4,62 Millionen Mark. Im September, noch einmal einen Monat später, 98 Millionen Mark. Im Oktober 25 Milliarden Mark. Und im November 4,2 Billionen Mark. Für einen Dollar. Diese gewaltige Geldentwertung und Hyperinflation, die einfach nicht mehr aufhören will. Warum? Weil die Leute natürlich den Versprechungen nicht mehr glauben. Sie glauben nicht, dass das Geld in Kürze mal wieder was wert ist. Und deshalb kommt es zu einem Cut. Es wird die sogenannte Rentenmark eingeführt. Wie funktioniert so eine Umwandlung des Geldes? Nun gut, es wird eine gewisse Geldmenge rausgebracht. Man holt die deutsche Industrie rein, die die Sachwerte einbringt, also Fabriken, Grundstücke etc. Und man verspricht mehr oder weniger, dass man nicht mehr Rentenmark ausgeben wird, als hier an diesen Sachwerten zugrunde vorhanden ist. Im Grunde genommen ist das eigentlich ein leeres Versprechen. Wenn die Regierung entscheiden würde, mehr Geld zu drucken, dann könnte genauso gut bei der Rentenmark Geld gedruckt werden. Wer hält denn die Regierung auf? Aber die Menschen vertrauen diesem Versprechen. Sie vertrauen der Industrie. Sie vertrauen darauf, dass die Marke jetzt nicht einfach so wieder weiter gedruckt wird, sondern dass ein fester Wert zugrunde liegt und deshalb die Geldmenge nicht unbegrenzt und unkontrolliert wächst. Und in dem Moment, wo ich darauf vertraue, dass dieser Geldschein auch noch morgen oder übermorgen oder in ein paar Monaten den Wert verbrieft, der hier draufsteht, in diesem Moment bin ich bereit, zum Beispiel zu sparen, Geld auf die Seite zu legen und das sorgt dafür, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sinkt. Die Leute rennen nicht sofort wieder los, versuchen es loszuwerden. Und wir sind wieder am Anfangspunkt in einer stabilen Geldsirkulation. Was sind die Folgen dieser großen Inflation? Zuerst einmal kann man sagen, da gibt es sehr positive Folgen, nämlich, wir erinnern uns, das Deutsche Reich war mit 156 Milliarden Reichsmark verschuldet. Das heißt, man konnte die ganzen Staatsschulden der Weimarer Republik mit einem einzigen Geldschein zurückzahlen. Das war also in der Form für den Staat, der war schuldenfrei bei den Privatleuten im Inland. Die Auslandsschulden waren natürlich immer noch da. Warum? Die waren nicht in den Reichsmarkt angegeben, sondern in Gold. Aber die ganzen Anleihen, die ganzen Kriegsanleihen, die die Menschen gezeichnet hatten, um den Ersten Weltkrieg zu finanzieren, die sind wertlos. Außerdem haben sämtliche Kleinsparer, der gesamte Mittelstand kann man sagen, haben ihr ganzes Vermögen verloren. All diese Menschen, die Geld als Sparbriefe, als Sparbücher auf der Bank haben, sie sind pleite gegangen. Die Reichen haben damit im Normalfall kein Problem, weil reiche Leute ihren Vermögen normalerweise nicht als Geld handeln. Sie halten es als Kapital. Das heißt, sie haben Aktien gekauft, ihnen gehören Anteile an Unternehmen, ihnen gehören Grundstücke, ihnen gehören Mietshäuser. Und diese Sachwerte behalten ja ihr Geld. Eine Inflation ist, wenn man so will, eine Sondersteuer für Geldvermögen. Inflation vernichtet Geldvermögen und Geldschulden. Und in dieser Form ist es eine Steuer, die wirklich jeden trifft, aber vor allem die Leute, die Geldvermögen halten. Und das sind eben in der großen Mehrzahl die kleinen und mittleren Sparer. Und das wird dafür sorgen, dass sich große Teile der Bevölkerung, nämlich der Großteil, nicht mehr wirklich mit der Weimarer Republik identifiziert, nicht mehr wirklich Vertrauen hat, denn diese Bevölkerungsteile sind in der Ecke. Soweit heute zum Thema Ruhrkampf und Hyperinflation. Die Weimarer Republik stabilisiert sich tatsächlich. Nach diesen gewaltigen Umwechslungen kommt eine Zeit relativen wirtschaftlichen Ausstiegs- und Prosperität, die allerdings leider nicht sehr lange anhalten wird. Schon im Jahr 1929 ziehen neue große Wolken auf am Horizont, nämlich mit der Weltwirtschaftskrise und dem Schwarzen Freitag in den USA. Riesenaspekte werden wir im nächsten Video beleuchten. Bis dahin, gute Zeit. Riesenaspekte Riesenaspekte